Manche sind in der Kaserne in Merzig schon deutlich vor 5 Uhr morgens auf den Beinen. Der Zugführer ganz sicher. Vorbereitungen für den Tag. Was liegt an? Was machen die Rekruten heute? Dann wecken. Auf Bundeswehrart. Je härter das Programm des Vortags, desto schwerer fällt das Aufstehen. In den Zweier-, Vierer- und Sechser-Stuben. Es ist Anfang Dezember. Nur noch wenige Ausbildungsmodule stehen an in der dreimonatigen Grundausbildung, die für alle Soldaten der Bundeswehr gleich ist. Es ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Aber wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat, kommt man auf jeden Fall gut damit klar. Man versucht einfach wirklich abends rechtzeitig auch ins Bett zu kommen, damit man am nächsten Tag dann wirklich auch fit ist. Der Ausbilder und der militärische Vorgesetzte sind nicht die netten Kumpel, die auch mal ein Auge zudrücken. Bei der Stubenkontrolle fallen deftige Worte, wenn irgendetwas nicht so ist wie vorgeschrieben. Ungeputzte Stiefel, durcheinander im Schrank, unvollständige Ausrüstung. Der Zugführer versteht sich auch als Erzieher, der sicherstellt, dass der Soldat funktioniert. Sitzt die Uniform, ist man richtig rasiert, sind die Haare gemacht, ist die Ausrüstung in Ordnung. Disziplin ist oberstes Gebot. Das ist keineswegs was mit Schikane zu tun, sondern die Soldaten müssen lernen, auf ihre Ausrüstung aufzupassen, weil sie die eben im Ernstfall dann auch brauchen und auch damit umgehen müssen. Wenn die Ausrüstung halt beschädigt ist, dann ist das wieder für uns Verlust der Kampfkraft, weil der Soldat vielleicht seine Ausrüstung vergessen hat. Da hat er draußen keinen Schlafsack. Dementsprechend ist er nicht ausgeruht und kann auch dementsprechend halt eben nicht seinen Auftrag wahrnehmen. Der erste Anpfiff gleich am frühen Morgen. Der Schlafsack ist noch dreckig vom letzten Biwak. Nachbereiten aber flott. Die anderen warten nicht. Im realen Einsatz könnte das dazu führen, dass der ganze Zug nicht rechtzeitig einsatzbereit ist. Der Gedanke an Kampf und Krieg mag weit weg sein, aber darum geht es. Am besten, man sputet sich, versucht mit allem möglichst gut fertig zu sein, damit man dann eben auch pünktlich auf dem Flur steht und macht am besten auch einfach alles, wie befohlen ist. In diesem Ausbildungszyklus ist die Zahl der Abbrecher für saarländische Verhältnisse hoch. Im Saarland läuft die Nachwuchsgewinnung meist besser als im Bundesdurchschnitt. Von 201 Männern und Frauen sind gegen Ende nur noch 141 übrig. An Kälte und Nässe während der Außenübungen liegt es laut den Vorgesetzten nicht. Es sind oft schwer fassbare Faktoren, die Rekruten abspringen lassen und die Möglichkeit, eben einfach gehen zu können. Das sind veränderte Einstellungen im Elternhaus, vielleicht die Hubschrauber-Eltern oder Helikopter-Eltern, die um die Kinder sorglos immer betreuen bis zum 18. Lebensjahr, die hier zum ersten Mal alleine herkommen. Das sind aber auch ganz normaler gesellschaftlicher Wandel, was mit den Zeiten von vor 20, 30 oder 40 Jahren einfach nicht mehr zu vergleichen ist. Die Prüfung auf der Schießbahn in Merzig. Normalerweise kommt sie früher. In dieser Ausbildungsstaffel ist einiges durcheinander geraten. Das Gelöbnis war mitten in der Grundausbildung, das Schießen am Ende. Mit der Waffe kämpfen, den Feind ausschalten. Der Pappkamerad ist abstrakt, aber genau darauf müssen sich die Soldaten vorbereiten. Durch den Krieg in der Ukraine rückt das alles näher. Aber auch die Auslandseinsätze von Afghanistan bis Mali waren mit Kampfhandlungen verbunden. Also ich muss sagen, jetzt beim Üben auf der Schießbahn habe ich nicht wirklich an sowas gedacht. Ich war einfach aufs Schießen fokussiert. Und ich denke, auf so eine reelle Gefechtssituation kann man sich auch nicht wirklich vorbereiten. Man muss eben bereit sein, was man sich dabei denkt. Ich sage ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich schieße, konzentriere ich mich erstmal nur aufs Schießen und einfach darauf, dass ich sicher liege, dass meine Kameraden sicher liegen. Realistischer ist es im Simulator. Jeder Schuss daneben wird registriert und die Ausbilder sehen, ob die Soldaten koordiniert vorgehen. Für eine Soldatin ist es die zweite Grundausbildung. Sie hat inzwischen Innenarchitektur studiert. Also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass es mittlerweile eine Soldatenarbeitszeitverordnung gibt. Das heißt, es ist um 16.30 Uhr Dienstschluss. Ich denke, inzwischen hat man das sehr verinnerlicht und macht sogar zu Hause zum Beispiel jedes Mal sein Bett. Also das hat uns alle positiv verändert, denke ich. Rückblickend bin ich sehr froh darüber, dass ich das Ganze gemacht habe. Es gab viele Tiefs, aber auch sehr viele Hochs. Man hat immer das Gefühl gehabt, am Ende was geschafft zu haben. Vor allem bei dem 20-Kilometer-Marsch nach dem Biwak war ich in einem gewissen Tief. Muss ich wirklich zugeben, es war sehr anstrengend. Aber ich konnte mich schnell wieder aufrabbeln und bin jetzt auf jeden Fall sehr motiviert für die weitere Zeit. Tiefs hat man auf jeden Fall erstmal am Ende gemerkt bei der Rekrutenbesichtigung. Da kann wahrscheinlich jeder dafür sprechen, dass es sehr anstrengend war, vor allem der Nachtmarsch zurück. Und Höhen auf jeden Fall bestanden Abschnitte. Wenn man das Schießen besteht, freut man sich natürlich. Wenn man Sportabschnitte besteht, freut man sich natürlich. Kurz vor Weihnachten, letzter Tag in der Kaserne. Von den 141 Rekruten gehen einige zum Fallschirmjäger-Regiment nach Zweibrücken. Ein paar zum deutsch-niederländischen Chor nach Münster, einer zu den Gebirgsjägern nach Mittenwald. Ob sie sich länger bei der Bundeswehr verpflichten, viele wissen es noch nicht. Ein slighter Wicht zu werden. Ich habe meine alte Kaserne.